Gebennetei de Mutter, erlöse uns. Dann herzlich willkommen bei Diablo 4 mit Oper Mario, dem alten Sack. Mein guter, wenn du das siehst. Ich bin noch nicht bereit. Wo ist sie denn? Komm mal weg. Ja, verwundbar. Ich muss einfach nur was entwickeln. Ich muss warten. Möchten wir es schon schaffen, ja? Ich kann die nicht sehen. Das muss klappen für dich, mein Guter. Ich drücke uns über die Augen. Ich muss warten. Okay. 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 Alright. Okay. Okay. Mob. Andy. Okay. Mmh. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ihr schafft das nicht allein, mein Freund. Wir kamen zusammen her, wir verschwinden auch wieder zusammen. Jetzt sind wir wahrhaftig allein. Die Schöpfer Santuarius, Engel und Dämon, Vater und Mutter, sind tot. Sie haben uns nach ihrem Abbild geschaffen. Ihr Konflikt ist ein Teil von uns. Das wird er immer sein. Aber ist an Liliths Vision etwas Wahres dran? Diese verrückte Idee, dass wir dem ewigen Konflikt entkommen können? Dies sind keine Fragen für einen alten Mann. Und ich habe nicht mehr viel Zeit. Das ist nicht mehr mein Kampf. Oder ergeht es uns wie allen Kindern, die gegen ihre Eltern rebellieren? Am Ende werden wir selbst das, was wir hassen. Ich kann nichts weiter tun, als die Wanderin und Nerel vor Ratmas Schicksal zu bewahren. Und alle anderen, die beim Versuch gescheitert sind, unsere fehlerhafte Natur zu überwinden. Sobald wir mit Nerel zurückgekehrt sind, finden wir einen Weg. Wir müssen. Jo. Wo sind wir denn? Wo hat er uns denn abgesetzt jetzt? Wir heben sein Grab für euch aus. Das ist nett. Aber wer hebt eures aus? Hütet den Ketzer! Josef. 10.000 Videos. Er rettete mich in Lisk. Sie waren nicht unsere Feinde. Das waren Narren. Ich habe keine Zeit dafür. Ich gehe nach Skosland. Donen verdient es, mit seinem Sohn begraben zu werden. Skosland? So spricht er das aus. Ich dachte, die Toten verdienen nichts, wenn die Leben dann in Gefahr sind. Das müsste ja geklappt haben, wenn die Kathedrale sie noch nicht hat, könnte Nerel zum Gewölbe unterwegs sein. Und trefft mich dann in Dornans Anwesen. Jo. Gott! Mein Landschaft kommt doch schön gemacht, ne? Guck mal auf ein toter Leichen, ne? Wo sind meine Spänz? Oh, wasser denn hin? Ich habe noch keinen Zugriff auf die Quest. Ich habe noch keinen Zugriff auf. 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 Ich habe noch keinen Zugriff auf.